Wo ist er? So gar keine Reaktion, das ist immer krass. Da habe ich gerade wieder leuchtet. Oh nein, die Kerzen selbst auch. Irgendwieder raus hier. Wow Wow Hier in der Reaktion schlot Die kommen eh nicht an mir ran. Na seht ihr. Ich hab's eh noch weggeruckt. Ist gut. Oh, hat gar nichts mit Böse zu tun. Bin! Hey, Fremde! Was kann ich dir anbieten? Interessante Ort für ein Geschäft. Fremder. Mhm. Tja, und interessante Ware. Na dann, unser erstes Geschäft. Willkommen. So, haben wir schon mal geschafft. Hab auch noch ein paar Sachen auftreiben können. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Wusste doch, dass du dich dafür entscheidest. Mhm. Schon mal die ersten paar Sachen hier. Ich hab nur die feinste Ware im Angebot Fremde. Ach so, wow. Genau. Deine Höhle oder dein Leben. Die Entscheidung sollte dir leicht fallen. Der Verkommarbeiter ist nicht schlecht. Non-Motorprogramm, sondern unbezirene Höhle oder deinem. Oderben und eine Fenster. ich kaufe ein hervorragender die und sie kaputt in der struktur und die kümmer hier als wäre sie für dich gemacht worden nun aber nicht rum mit vorratskäufe gute entscheidung vergleichen die durchschlagskraft das leder wie kann man sich so eine feuerrate ist niedriger die funktion sieht man da mit der knurre also operieren ist wichtig wenn ich das mal so krecker höhen wie du es haben wollt ist gelastet dass man so was ist bei mir wichtig und das ist ein bisschen egal erst mal dann was kann ich für dich ja gar nicht die musik montieren habe ich nichts da ist heilung und da ist heilung und da ist auch noch mal heilung so das hat schon mal funktioniert so, auch ein bonus, wo der auch mal herkommt gerade so, mal verbinden, wenn ich's haue, ne? mein Pi muss noch mal machen, dann will ich's aber wieder nutzen so, nee, so rum erst mal mal schnell zu Griff, da unten ist er stecken wir wo an, hier noch so so, wenn ich's so schön element des appell mein meister wenn ich es mir recht überlege, war es seltsam, dass isidro mich einfach gehen ließ seit mich das ungeheuer in der schwarzen robe mit etwas beschoss, fühle ich mich sonderbar ich habe begonnen, dinge zu sehen, habe visionen, der himmel selbst erscheint wie aus einer anderen welt und dann kommt diese kreatur, doch auf einmal sind es viele hunderte mein gebieter, bitte, ich flehe euch an sagt mir, gibt es einen weg, diesen grauen zu entkommen? nein immer wieder schön der anführer des kurs so mein schriegroßschlag, sorry, wollte ich nicht 6 Schusser drin, ok, statt 5 ne, auch ok jay ok oh, der botkampter ist ja super na dann da kommt auch noch vorhin, na cool oh na aufgott abgern mit ihrem kopf er hat aber wieder haufen weise scheiß sie konnte springen ja bitte dann uja ich schon wieder 1000 bestimmt auch wie dumm ist das dann bitte in schatten kann mich schlagen oder was neben er wird dichter die ohne oder bescheuert alter wenn damit inhalt alter das hätte mit dem boss der oberboss oder was ist klar alter kommen na dann was kann ich für dich tun verkaufen da besten dank ein hervorragende kommen wir ins 5 dazu 0,3 dazu 1,7 dazu die kriege kommt das ist eine dynamische klasse 3 0,6,4 0,6,4,0,3,0,5,0,0,5,0,0,5,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0,0,0,0,0,5,0,0,0有 dieser kommen jederzeit wieder das ist halt schon mal kacke der bot ist gar nicht mehr so cool ok woher roma ja danke so leicht gibst du nicht auf was Oh, shit. Ich habe mal so gedrückt. Der Nebel hat, der Bedichter. Zack. Wartet erst mal. Hi, darf ich mal? Äh, ne, danke, cool. Komm, 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 Tino, Alter. Komm, 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 komm. Mhm. Was ist noch los? Ich bin froh, weil du was ja dreimal erlesen. Okay. Weiter zu Mendelshaus. Mhm. Du musst mir ja keine Gedanken machen. Du musst dir vergleichen. Ah, ja, ich finde den Mittelkörper. Mach. Mhm. Da ist er doch. Der erste Teil. 15. So. Ja, zumindest wenn du dich machst. Mich verarschen. Mhm. Genau. Wo zu tun ist, mit ehrlich. Mit mir später mal gucken. So. Erst mal. Hm. Jetzt. Ja, danke, danke. So. So. Wie fing da Leon? Das hat er wohl nicht mitgenommen. Hm. Stopp. Jetzt mal was. So. 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 Mal kurz hier gucken. Hm. Die Schnurren. Und dann die Schublade hier war. Ja, Mann. Dann war ich nochmal acht oder so. Da war ich doch mal 8000 oder so. Wie geht's? Immer noch der gleiche Topp. Oder so. 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 auf alle fälle war drin aber der schocker weil sie dumm da hinten auf alle fälle noch den wiko ganz gut überlegt das schlug hätte drüber sein können wir kommen ganz schnell später so wie du es hin offen hier kam ich ok gut gut verstehe verstehe ich bin ja hier man 10 brauche ich mir die mum noch mach mal Hmm. Hmm. Nur macht mal Eier hier, mein Gott, Mädels. Drei Hühner in Eier sind ein bisschen schwach. Das geht zu viel mehr, oder was ist da los hier? Na gut. Äh. Hier durch und dann links. Da, oder was? Da tausend auf alle Fälle. Hmm. Ich komme nicht hoch? What the fuck? Hmm. Hmm. Ich bin gerade erst mal schon. Ich kann einfach durchgehen. Hmm. Was ist wo hinter mir? Ach, da ist der Kiste. Boah. Guckt jetzt nicht nach oben. Da ist ja eine Kiste von mir. Oh. Oh. Auch schön. Luten soll sie auch zahlen. So, dann muss ich mal gucken. Ach, da muss ich nach links sagen. Guck mir den noch an. Oh mein Gott. Riecht nach verbranntem Fleisch. Okay, cool. Das weckt keine schönen Erinnerungen. Was ist denn da? Ja, bitte durch. Okay. Wie? Ich bin schon mal weiter oben. Ja, ja, du mich auch. Ach, da vorne ist das. Hm? Oh. Wenn sie bester jerome oder der andere da vorne. Das hier wurde gar nicht wahr? Hm. Wahrscheinlich hier hinterher denn. Ach, der ist das Haus. Das war's für heute. Gabel in meinem Blut? Kapitel 1 Nummer 2